Noch bevor die Premier League am Freitag in die neue Spielzeit startet, bekommt José Mourinho heftigen Gegenwind zu spüren. Der portugiesische Star-Trainer bestreitet mit Manchester United das Eröffnungsspiel gegen Leicester City, 0,21 Uhr im Live-Ticker. Doch wenn es nach dem Willen einiger Fans geht, sollen die Red Devils in Zukunft ihre Spiele ohne Mourinho an der Seitenlinie bestreiten. Nachdem Anfang der Woche bekannt wurde, dass United den 55-Jährigen bei einer Entlassung umgerechnet 13,3 Millionen Euro Abfindung zahlen müsste, starteten Manchester's Anhänger ein Crowdfunding-Projekt. Auf der Plattform Gefundene riefen sie eine Spendenaktion ins Leben, deren Ziel bei eben exakt 13,3 Millionen Euro erreicht ist. Mourinho frustriert, würde kein Geld für die Tickets ausgeben unwahrscheinlich, dass die Aktion von Erfolg gekrönt ist. Doch nach der Untätigkeit auf dem Transfermarkt und einer durchwachsenen Vorbereitung, steht Mourinho gehörig unter Druck. Die Premier League Life of the Zone.Jetzt kostenlosen Testmonat sichern, bei den englischen Buchmachern gilt er zumindest schon als Favorit auf die erste Trainerentlassung der Saison. Untertitelung des ZDF, 2020